So liebe Leute, Willkommen zurück, Old is Dream. So, wie fahren wir am besten ran? So. Viel haben wir nicht, das ist ein bisschen schade. Ich glaube 18 passen rein und 21 hatten wir. Ah, 18 passen rein. Ich hoffe das reicht. Fünf hätten wir noch an der BGA. So. Wollen wir doch mal schauen. Dann kommt sie. So. So. So ist es doch perfekt. Ach, diese scheiß Offset Gedrisse. Braucht kein Schwein. So. 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 So, und wo war hier noch eine kleine Stelle? Da vorne. So. Von da kann keiner kommen. Vorfahrt achten, quit keiner. Perfekt. Jedab wie Otze. So einen brauchen wir. So einen brauchen wir. So einen brauchen wir. So, hab ich oder hab ich nicht? Nö, oder? Na, da. Nehmen wir den. Zweieinhalb Meter. Ja, viel zu groß. Ja, wir nehmen den hier. Ne. Mieten? Oder ich guck mal, haben wir einen irgendwo hier rumliegen? Ne. Mieten wir den mal für drei. Das frischen war mal auf. Auf drei. Verlängern. Dichter. Ja, lass mal liefern hier. So. Ja. 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 Wo ist denn das? Hat Is noch gekauft. Jetzt habe ich es gekauft, bin ich doof, ey. Jetzt habe ich das echt gekauft. Egal, haben wir schon mal das Gewicht gekauft. Passt. Passt. Kamadin auch. Das wollte ich sehen. Ja, ich will doch mal mit dem Ding eigentlich fahren, da steht irgendetwas drauf. Ah, die scheiß Offset-Kacke weg hier. Und auf wird das Abenteuer. Drehen war mit B. Klappt ja echt gut. Was geht? Klappt ja echt gut. Er nimmt es ja mit. Klappt ja echt gut. Vielen Dank. Wir müssen das hier sowieso noch bearbeiten. Von daher. Alles cool. Also es muss ja nochmal gegrubbert werden. Nein. Hatte ich ja schon. So. Also ich würde aber sagen, für den Part war es das erst mal. Warum mache ich das? Ich habe keine Ahnung. Ich sage schon mal danke, liebe Freunde, fürs Einschalten. Und ja. Wir sehen uns im nächsten Part. Schon mal gedreht. Also hier geht es gleich direkt weiter im Anschluss. So. Jetzt machen wir mal hier Pause. Damit auch, ne? Blablabla. Und ja. Vielen Dank. Bis dann. Haut rein. Tschau. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020